Verstappen crashte mit Norris und zerstörte sein Rennen. Beide Haas in den Top 10 und Charlie Clia absolvierte vermutlich die meisten Boxenstops in dieser Season in einem Rennen. Ich blicke mit euch auf das Österreich-Rennen. Macht das Plus weg und das Herz. Wir beginnen natürlich direkt beim Start und den hat Max Verstappen tatsächlich für sich entscheiden können. Was soll ich euch sagen? In der ersten Kurve ging es gesittet zur Sache außer zwischen Piastri, Pérez und Leclerc. Denn da löste sich leider oder beziehungsweise wurde Leclerc ein bisschen in ein Sandwich gedrängt und man sah halt, dass sein Frontflügel leider einen Schaden hatte. Daraufhin musste er leider direkt stoppen und sein Rennen war zu diesem Zeitpunkt. Hier sieht man das noch viel besser. Links und rechts. Er sagte auch im Interview, Pérez war etwas optimistisch. Der hat da wenig Platz gelassen und reingehalten und natürlich war er dann der Leertragende. Und irgendwie wurde das auch nie untersucht oder so. War vermutlich dann, ehrlich gesagt, wäre sowieso No Further Action gewesen, weil es ja eh eine Rennkollision ist. Dennoch war es ziemlich knapp da und das war natürlich zu Ärger von Leclerc, denn nach eher verkorkst. Seit Monaco läuft es einfach nicht mehr bei ihm und generell beim Ferrari auch nicht. Man ist sogar jetzt nur noch vierter Kraft hinter McLaren, Ferrari und Mercedes. Dann natürlich neue Nase und das hat das ganze Rennen natürlich komplett geändert. Ja, und ich wusste gar nicht, dass Pätzen in der Formel 1 aktuell so beliebt ist, denn es gab einige Filmsprüche gegen die Formel 1, äh, gegen manche Trecklemitz-Überschreitungen. Aber, ja, darunter auch von einem gewissen Oscar Piastri. Der hat nämlich direkt geschwitzt, dass Lewis Hamilton über die weiße Linie gefahren sei. Dafür kassierte er auch prompt die 5-Sekunden-Strafe, was natürlich auch Hamiltons Rennen so ein bisschen beeinträchtigte. Auch weiter hinten war es ziemlich spannend, denn die Alpine-Jungs haben es in Runde 41 krachen lassen. Man weiß ja, dass sich die beiden nicht jetzt unbedingt, ja, als beste Freunde bezeichnen würden, aber man hat sich da wirklich keinen Zentimeter geschenkt. Nur halt mit dem, ja, Gewissen, dass Pierre Gasly in der kommenden Season ebenfalls für das Alpine-Team fahren wird und es bei Nukon keinen Sitz hat. Bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass Yoko Korn eigentlich mehr zusammenreißen sollte und mehr durch seine Leistung glänzen sollte, als durch solche dummen Manöver, die es wirklich zu nichts bringen. Gasly hat sich aber da noch durchgesetzt, aber durch auch einigen Untersuchungen wegen Moving-Ander-Breaking und so weiter, wäre das tatsächlich fast zur Katastrophe gekommen bei den beiden. Und auch etwas weiter vorne im Rennen hat man eher sporadisch mitbekommen, denn zwischen Guan Yu-Ju und Fernando Alonso wurde es ganz eikel. Alonso hat da in der dritten Kurve sich ein bisschen verbremst, hat Guan Yu in die Höhe geschleudert, würde ich mal fast sagen, kassierte dafür eine 10-Sekunden-Strafe und zwei Strafpunkte. Zurecht, zurecht, wusste ehrlich gesagt auch nicht, dass man eine 10-Sekunden-Strafe in der Box absitzen kann, also ist das neu für euch? Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Früher hat es doch immer nur geheißen 5, aber vielleicht ist das auch, wenn man 2x5 hat, dass ich das jetzt irgendwie falsch in den Hals bekommen habe. Hier sehen wir dann den Fight zwischen, äh, zwischen, wer ist denn das? Zwischen Lewis Hamilton und Oscar Piastri und natürlich, Hamilton musste beim zweiten Stint dann nochmal die 5 Sekunden extra stehen und dann war Piastri quasi schon dran oder sogar teilweise vorbei und dadurch war es natürlich für ihn wesentlich einfacher, ihn da auf der Strecke zu überholen, was ich ehrlich gesagt ganz uncool finde. Ich meine, Petzen ist das eine, aber dann über die weiße Linie, du hast doch gesehen, dass ein Trouble war und so ein bisschen weggedriftet ist. Ich meine, ja, es ist klar und er, ihm wurde es auch Track Limits im Qualifying gegeben, also kann ich das schon verstehen, seinen Aussichtspunkt. Und ja, dann war es eigentlich das Spannendste des Rennens, der Kampf um den Sieg, Leute. Denn, ähm, man war eigentlich nach dem ersten Stint, war mir tatsächlich klar, dass Max Verstappen das Ding easy going gewinnen wird. Das war ein saulangweiliges Rennen tatsächlich bis dahin und doch, es sollte dann noch ein Punkt kommen, in dem es spannend wird. Beim ersten Stint war es nämlich schon mal eine Unsafe Release Verwarnung für Max Verstappen, weil man da wirklich schon eng mit Norris zusammen kam. Aber gerade beim zweiten hat die Box dann etwas, ja, vermasselt von Max Verstappen. Hinten links hat es gekappert und dann musste tatsächlich Max Verstappen auch noch warten, bis Norris vorbei war. Er ist dann fast sieben Sekunden in der Box gestanden und Norris hat dann die komplette Gap irgendwie, ja, geschenkt bekommen. Er ist dann wieder an Verstappen drangeklippt. Es ging dann rundenlang, Divebomb um Divebomb, Moving Under Breaking von Verstappen, Divebombversuch von Landon Norris. Bis dann, ja, ihm so ein bisschen, er kam dann halt immer wieder näher. Überrundungen haben das Ganze überschattet, muss man sagen, weil eben auch die ein oder andere Überrundung Verstappen die Rest gegeben haben. Und hier sehen wir das Ganze dann. In Rundenummer ist Max Verstappen so ein bisschen die Geduldsfarben gerissen. Rauf zu Turn 3 hat er tatsächlich, ja, einmal rechts rüber gezogen, hat dann aber komplett links rüber gezogen. Also er ist noch rechts gegangen, Norris nur alte links vorbei, sehen wir auch hier. Aber, ja, dann kam der Bang und hat sich verbremst, hat nochmal irgendwie Norris von der Strecke gedrängt. Dann kam der Reifenschaden bei beiden. Also das war wirklich dann, Verstappen konnte sich noch retten, Glück im Unglück wieder mal für ihn. Aber für Norris war das Ganze dann leider vorbei, der musste sein Rennen beenden. Es sind traurige Bilder, der Reifens ist komplett hin und er ist fuchsteifisch. Natürlich würde ich mal sagen, ist das auch nicht ohne Grund. Er hat auch gesagt, Max muss zugeben, dass das sein Fehler war, denn sonst verliert er an Respekt an ihm. Und vor allem auch die Freundschaft wird einen riesen Knick nehmen, denn das war wirklich unsportliches Fuck und das darf einfach nicht passieren. Ich meine, er ist ein dreimaliger Weltmeister und wenn dann mal halt einer vorbeigeht, dann muss man das akzeptieren und nicht mit der Brechstange wie ein Volltrottel dagegen halten. Es tut mir leid, dass ich diese Erratenworte finden muss. Aber diese Kollision war unnötig und auch dieses Moving Under Breaking, das war lebensgefährlich. Da kann so viel passieren. Und ich dachte eigentlich, dass wir diese Mad Max Sachen hätten endlich, aber das, meine Lieben, das wird, denke ich mal, noch ordentlich hochgepusht werden. Gerade in Silverstone wird das eine große Sache werden oder die beiden setzen sich zusammen und werden das ein bisschen ausreden. Sonst bekommt die Freundschaft einen ähnlichen Knicks wie zwischen Rosberg und Hamilton damals, wobei da ging es natürlich um weitaus mehr. Hier sehen wir das Ganze dann auch. Beide mit einem Reifenschaden gehen dann an die Box. Bei Norris war der Reifenschaden halt so crazy, dass er auch das Rennen beenden musste. Und das Ganze hier aus der Flügelansicht von George Russell, der nämlich auf dem dritten Platz das ganze Rennen lang eigentlich gelegen ist und quasi den ersten Platz geirrt bekommen hat, musste aber das auch nicht ganz einfach machen oder hatte da auch einige Probleme. Denn er war nur knappe zwei Sekunden vor Oscar Piastri. Und was wäre das für eine Story gewesen, wenn Piastri da das Rennen gewonnen hat? Das will ich gar nicht sagen, aber es war schon sehr verdient. Piastri, ah, Russell holte also hier den ersten Sieg seit 2022. Da war es ebenfalls er in Sao Paulo, der überzeugen konnte. Wir sehen, dass er ist der Winner und er ist auch das vierte verschiedene Team, das in dieser Season bis jetzt einen Win holen konnte. Wie stark ist das denn bitte? Ja, natürlich auch die Freude. Funk war riesig. Mercedes ist zwar noch nicht da, wo man mal war, aber ich würde echt sagen, dass man sich da unnormal gesteigert hat im Vergleich zu den letzten. Und auch sein berühmter aus dem Intro vom vergangenen Jahr durfte auch nicht fehlen. Gute Freunde wusste ich gar nicht, dass sich Frederic Vasseur und Toto Wolff so gut verstehen. Eigentlich zwei ganz verschiedene Charaktere. Der eine eher so der Fleißige, der andere auch fleißig natürlich. Aber ihr wisst, was ich meine, denke ich mal. Also ich mag Fred sehr, Toto ist dann doch etwas eigen. Aber ich glaube, ich habe da auch ein paar Tränen gesehen tatsächlich, oder? Waren das Tränen bei Toto Wolff? Ich bin mir ganz unsicher, aber das sah so aus tatsächlich. Und Louis wieder nicht am Podium. Das ist echt schade. Immer wenn es etwas zu holen gibt, ist Russell da. Und ja, das zeigt natürlich auch, dass das Glück eher auf seiner Seite liegt. Ich würde mal sagen, hier gehen wir mal in das Final-Class-Von, vor allem auch in die Noten. Landon Norris hat für mich eine Eins verdient, auch wenn er hier mit sieben Runden Rückstand gewertet wird. Ist er natürlich dennoch aus dem Rennen rausgeschieden. Und warum steht da so drei Stops? Na klar, weil auch der Dritte gezählt hat. Logan Sargent eine Fünf. Ich kann es nicht anders sagen. Wie ist der Mann bitte 40 Sekunden hinter dem ursprünglich Letzten gewesen? Das ist für mich unerklärlich, Leute. Also wirklich, ich kann es nicht verstehen. Alonso auch eher wieder ein Wochenende zum Vergessen. Der Teamkollege in der Tasche. Das Manöver gegen Joe kostete wichtige Punkte. Strafpunkte liegt jetzt schon bei acht. Also Alonso eine drei. Das ist gut gemeint. Guan Yu-Joh und Walter Abotus muss man eigentlich beiden eine drei geben. Ich glaube tatsächlich, dass die das Maximum von der Gurke rausnehmen, aber da ist einfach nicht viel mehr drin. Alex Elbon, ja, das Qualifying war halt ein bisschen enttäuschend. Ich glaube auch, dass der Williams aktuell jetzt nicht gerade auf der Höhe ist, aber trotzdem der 15. Platz. Man hat viele Konkurrente hinten gelassen. Ja, drei. Yuki. Ricciardo hatte wesentlich mehr Glück an diesem Wochenende. Aber es ist auch ein tolles Wochenende gefahren. Ich gebe Yuki mal eine gut gemeinte drei Minus. Lance Stroll. So, gutes Wochenende tatsächlich für ihn. Es waren zwar keine Punkte drin, aber ich glaube, der Aston ist aktuell auch nicht in der Lage. Gerade in den Hairspeed-Rennstrecken ist der Aston Martin einfach nicht on point. Also eine zwei. Esteban Ocon, unnötig dummes Risiko teilweise eingegangen. Eine drei. Charles Leclerc, ich meine, elfter, obwohl man viermal in der Box war, ist eigentlich gut. Von Ferrari erwartet man sich aber trotzdem mehr. Eine drei. Obwohl er natürlich auch das eine oder andere Problem hatte. Ich gebe ihm da mal eine drei. Wobei, nein, ich gebe ihm eine zwei, denn das wäre unfair. Pierre Gasly, eine Eins tatsächlich mit dem Alpine da in die Punkte gefahren. Auch wenn man natürlich so ein bisschen den Bonus hatte. Wobei, ja, bedeutet er ja, es gab keine Stallorder. Danny Ricciardo, eine Eins plus. Das ist ein gutes Bewerbungsschreiben, auch wenn ich glaube, dass das eher schon das Ende seiner Formel-Ins-Karriere werden wird. Und die letzte Season. Kevin Magnussen, saustarkes Rennen. Am Samstag noch mit Hülkenberg, das EM-8-Fanale geguckt. Auch eine Eins. Pierre ist eine Vier. Ganz, ganz schwaches Wochenende. 54 Sekunden hinter der Spitze. Und das in einem Top-2-Auto. Schlechter geht es fast nicht mehr. Wirklich. Perez, ich frage mich bis heute, was Red Bull dazu gebracht hat, ihn hier weiterfahren zu lassen. Nico Hülkenberg eine Eins plus mit Sternchen. Tatsächlich ein underrateder Drive of the Day. Ich meine, ich kann Norris die Intuition hinter dem verstehen, aber er ist ja nicht mal ins Ziel gekommen. Und Nico hat wirklich ein sehr blitzsauberes Rennen gefahren. Natürlich profitiert das Verstappen und auch Norris gecrashed sind. Aber quasi hat er nur einen Platz durch Norris gewonnen. Und den Rest sich selbst verdient. Luis, eher schwach, muss ich sagen. Natürlich, diese Strafe darf einem nicht passieren. Kann aber passieren. Aber trotzdem dann ordentlich an Zeit abgebissen. Gerade in Richtung P.A. Strain Sands. Eine Vier. Es tut mir leid. Ich mag Luis eigentlich sehr. Aber das ist nicht gut gewesen, das Wochenende. Carlos Sands. Eigentlich mag Luis tatsächlich. Er hat sich gegen den Hamilton durchgesetzt mit einem Mercedes, der viel stärker ist natürlich von der Strafe. Profitiert aber trotzdem. Starkes, starkes Rennen. Eine Zwei. P.A. Stry eine Eins. Wobei, ich hätte nicht den Sieg gegönnen. Und George Russell, ganz klar, war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber hat dann auch das Ganze gemanagt. Auch eine Eins, Leute. Ganz klar. Drive of the Day wurde Landon Norris. Keine Ahnung, warum. Natürlich wäre das gut gewesen. Und das haben sicher viele Leute vor dieser Kollision, die ja schon am Ende des Rennens war, abgestimmt. Aber ich hätte da wirklich die Regel fast... Nein, das passt schon. Das ist eigentlich verdient, muss man sagen. Hier haben wir noch einmal den WM-Stand. Natürlich verliert Norris. Das ist jetzt wieder wichtige Punkte. Aber dadurch, dass Leclerc auch keinen Punkt geholt hat, verliert er eigentlich nur an Verstappen. Der mit einem blauen Auge wieder davongekommen ist. Er kassiert zwar die 10-Sekunden-Strafe. Die wiederum hat aber nichts an seiner Crip-Position geändert. Und die zwei Strafpunkte, die werden ihm jetzt auch nicht stark wehtun. In der Weltmeisterschaft zieht er da wieder davon. Aber ich glaube, das sollte sich mal ein bisschen am Riemen reißen. Charles Leclerc mit sechs Punkten auf den dritten Platz. Aber da geht wirklich die letzte Rennen nicht gar nicht. Sainzi holt auf. Ist jetzt mit 135 Punkten auf den vierten Platz. Pierre schon abgerutscht auf Platz fünf. Die Leistungen lassen immer mehr nach. Der hat fast nur die Hälfte der Punkte von Max Verstappen. Und das heißt dann schon mal wirklich was. Mein Teamkollege, die ich so roaster. Und das in den ersten zehn Rennen. Oskar Piastri kommt weiter nach oben. P6. Tolles Wochenende für ihn und wird auch bald Perez überholen. George Russell. 111 Punkte stark. Auch Hamilton jetzt 85. Und dann hast du so ein bisschen die Kluft. Das sind die ersten vier Top-Teams. Und dann hast du Fernando Alonso, der wieder nur die Hälfte an Hamilton hat. Und wieder keinen Punkt gewonnen hat. Auch Yuki keine Punkte. Die Weltmeisterschaft ist interessant. Und ich hoffe natürlich, dass es in Silverstone so weitergehen wird. Macht das bloß wegen des Herzrot. Ich würde mich extrem freuen. Nächste Woche geht es direkt in Silverstone weiter. Und schaut euch gerne auf TikTok und Instagram vorbei. Ich halte euch auf die Waffe.